hier habe ich gerade das blueprint bekommen hat das richtig cool aus und ich wollte kein geld mehr für dieses spiel ausgeben vielleicht beim nächsten mal zuerst wird nein nein zuerst wird das hier gespielt befristeter modus knockout so ähnlich wie der summa modus den es als mod schon öfters gegeben hat auch von lefemir ich wollte es jetzt in deutscher aussprache aussprechen das wort der name und ja es ist so ziemlich das wir spielen jetzt sumo auf dieser map indem wir uns gegenseitig runternocken mit superjumps das einzige was ich noch nicht herausgefunden habe falls ihr das englische video noch nicht angeschaut habt das englische video noch nicht angeschaut habt das gleiche in englisch aufgenommen jetzt den vorteil wenn ihr es in deutsch anschaut dass ich die button combination schon mehr drauf habe das heißt ich weiß dass man jetzt mit superjumps ziemlich viel machen kann die produkte schild nach vorne smash 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 yeah und am besten ist es wenn man die gegner in diese dinge rein schießt und da ist halt vorher der action angesagt oh ja oh ja man kann auf diese dinge rauf fahren auf diese kugeln wie wir den kopf verfehlt also das ist ein cooler spielmodus in anderen formen lange zeit schon nur das mod gegeben hat eine zeit rocket league videos anzuschauen ist auch schon länger vorbei anderen content anzuschauen man schaut nicht mehr so viel von anderen content an wenn man selber anfängt content zu machen was schade ist aber ja man muss halt die zeit dafür nehmen selbst ein bisschen content zu kreieren da kann man eigentlich alles anschauen da ist got fat action hit me baby hit me one more time ja das ist ganz wichtig was ich noch nicht herausgefunden habe wie die leute die spikes zusammen bekommen get launched into the spikes yay knockout schon knockouts champion im TNA ok so läuft das oder wäre doch krass wenn ich im englischen video nur schwachsinn getrieben habe und jetzt das erste gleich gewinne hopp das war ein interessanter smash tschüss jungs ach schafft ich sogar eine zerstörung wird launch ja kleiner cooler spielmodus mit zwei action aber ich glaube nicht dass sie da irgendwie einen ranked cost machen können huuuu ha ich darf mich nicht vor nach vorne leben wenn ich die woos mache huuuu und da oben können wir ein paar sekunden schinden drei oder so rein da ich habe es gleich bereut ich habe es gleich bereut da komme ich nicht mehr zurück huuuu ah ich habe es bereut verdammt nochmal worum habe ich das getan dass man einfach abwarten kann mein Lied geht zu Ende und dann das russian das russian das mushroom Lied huuu knapp da da ich bin wieder ich bin wieder habe ich den jetzt weg gelauncht das ist ja nicht mehr huuuu gleich runter ja ich denke auf tanz wieder anscheinend auch ein bisschen angepasst ist interesting one of them has three oh let's say from mr bach up i will survive habt ihr das gesehen? ich habe verschrien und dadurch bin ich doch selbst gerettet knapp über die hier ein gutes erstes spiel da noch hier oh das war es mit dir he got launched he got launched did i did i make it? nope there is one left he saw me he saw me coming 10 knockouts i'm definitely the mvb here goddammit thank you was so good jugo boss wait a minute what is this name? probably common name in this game why do you speak english? wir haben jetzt das deutsche video ich glaube die sind ja lecklich auspacken wie macht man das? denkste 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 haha okay ich bin nicht richtig alt entspielen was komm rauf komm rauf komm rauf Mist oh wer privatuell oh privatuell nein stop doch doch durch diesen trickern trifft 15 nenn ich ihn ich hab ein privatuell mit dem typen noch wer da ja wie macht man das? oh wie macht man das? oh oh sorry jugo oh schon wieder diesmal hat das perfekt gemacht gut gut ah ne macht schon bock der spielbodus macht schon bock wird gegenseitig ausgeschaltet ah he voiled it got launched ich immer backflip der voll effect oh oh whatever did just here oh no that was bad oh hmm wuuh this one seems pretty interesting oh get out of here Ich habe Mechanics, man. Mechanics. Where are they? There's still a guy with three lives left, you, is it you, or was it you, it's this guy. I got all the tricks up my sleeve. Ich habe schon wieder ins Englische gewechselt. Ja, was passiert, wenn man direkt da vorne ein englisches Video aufnimmt? Oh, er ist das mit den drei Leben, süß. Er hat die Mechanics da. Oh je, okay. Ah, die beruhigende Musik passt gerade gar nichts hinzu. Da braucht er was episches. Es sind noch mehrere Typen mit drei Leben, ich nicht mehr. Ja, mich hat es gerade ziemlich weit geschleudert. Das schaffen wir doch. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, okay, das ist cool. Ah, das ist cool. Oh, er ist gut für den Teilmischen. Ich habe es nicht geschafft. Diesmal nicht. Das geht doch schon lange. Kerl auf den, der Typ zerlegt. Oh. 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 Kind of noen Gottes, diesmal. Oh, no, peace out. Also, peace out. I will. Oh. 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 Oh.